Ja, liebe Leute, wir müssen das Turnier nochmal versuchen und das probieren wir jetzt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Aus dem Halbfinale ist natürlich eine faustdicke Überraschung gewesen. Deswegen, wenn wir es jetzt nochmal probieren. Los geht's. Erste Halbfinale. Äh, erste Viertelfinale. Ja, wie gesagt, wenn du dann zu viel willst. Und hier haben es gut, ist wie so uns zu wegarbeiten. Und hier haben es im Korbentenrennen, haben sie es nicht auf die Reihe bekommen, die Positionen zu holen. Und hier haben sie nicht auf die Reihe bekommen. dass er sich wehren kann dass er sagte okay ich behalte dich ich bleib vor dir hat der anfang schon geschissen an eigentlich du führst auch fast das kapitel rennen will dann einfach zu viel und passiert auch das immer noch mal in einem halbfinale haben so und dann komplett bearbeiten da hast du mal die chance ein bisschen reinzukommen wieder und zu rennen und alles immer nur alle was machen zu hauen und ich komme jetzt noch mal weg ich versuche mich jetzt grad wieder zu arbeiten ein bisschen weg zu arbeiten von den jungs wie bei mir wir sind jetzt in der vorletzten runde so wir gewinnen das erste dinge schon mal und ziehen zumindest ans halbfinale ein los geht's so jetzt versuche ich mich da schon mal erst mal von Anfang an schon mal abzusetzen ich will dieses halbfinale heute durchstehen jetzt gestern haben wir es nicht auf die reihe bekommen heute müssen wir es versuchen aber das ist übrigens auch das erste mal im wegfest dass ich ein turnier neu starten muss weil wir rausgeflogen sind tja wir haben uns immer durchgezogen naja schauen wir mal wir werden hier mit deinem Auto um ja mein Auto umgezogen ja mein Auto umgezogen wir sind weg von der Wand am besten ja das sieht doch relativ gut aus ja das sieht doch relativ gut aus ja das sieht doch relativ gut aus Ah, das wird mein Fisch an. Ui, 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 jetzt wollen sie es aber auch machen, da ist mich der nächste 2.0 durchgezogen. Es hat, glaube ich, nicht ganz gereicht, oder? Nein. Aber nicht zum Sieg, sagen wir mal so, aber wir sind zumindest mal, wir gehen zu gestern im Finale. So, dann gehen wir jetzt ins Finale und dann wollen wir natürlich das Ding nach Hause rocken. Und das ist das große Ziel jetzt. Heute wollen wir gewinnen und heute müssen wir auch gewinnen. Ich hab noch gar nichts gemacht, ne? Zwölf Runden stehen heute an. Tại recih. Da. Tzas. Ich hoffe, dass wir es heute mal hinbekommen. Da führen wir jetzt so ein Rennen an. Jetzt war nur ein rausgedreht, nicht rausgeklärt. So, und gleich Runde 6. Löffel ich. Jetzt sind wir raus. Jetzt haben wir schon mal weggedreht und darf schon gerade greifen. Das ist der erste, der jetzt hier vor und nach der Regel wird damit. Das ist der schwarze hier. Ich habe es übersehen in einem Wagen, der da stand. Ich weiß, dass der nicht angeschlagen war. Aber wie geht es jetzt erst mal nur darum, das Szenier hier zu gehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir da sind. Und das ist das Szenier. Ich weiß nicht. Und das ist ja noch mal zu tun. Ich weiß nicht. Aber ist egal, wir haben dieses Turnier dann doch im zweiten Anlauf, haben wir es dann am Ende geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste. Hauptsache wir haben die Aufgabe gelöst. Wir haben glaube ich bis zum fünften Reihen haben wir so alle überrundet. Aber egal, Hauptsache wir haben die Aufgabe jetzt geschafft. Also zumindest das Turnier haben wir heute geschafft. Leider keine Bundesziele erreicht, das ist aber im Moment auch egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute, bei Reqvids.